1.048 Euro Altersrente im Schnitt für rund 18,5 Millionen Altersrentnerinnen und Rentner in Deutschland. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der neue Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung liegt uns endlich vor und da gibt es unheimlich viele Zahlen, Daten und Fakten. Ja, ich zeige Ihnen das mal hier, mache das ein bisschen größer. Der Rentenversicherungsbericht für das Jahr 2023 liegt uns vor und da hat die Bundesregierung auf gut 111 Seiten mit vielen Übersichten und mit vielen Grafiken hier die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, der Nachhaltigkeitsrücklage und vieles anderes mehr, auf Papier gebracht und hat uns mal interessante Zahlen zur Verfügung gestellt. Unter anderem auch die für mich so wichtige Frage, wie hoch sind denn nun eigentlich Rentenleistungen in Deutschland im Schnitt? Ja, dass wir uns einfach mal vor Augen halten, wie hoch sind denn eigentlich zum Beispiel Altersrentenleistungen? Und als allererstes, bevor ich diese Frage beantworte, gibt es hier auf Seite 15 dieses Rentenversicherungsberichts mal eine ganz interessante, ganz interessante Zahlen. Am 1. Juli 2022 wurden in der gesetzlichen Rentenversicherung 25,6 Millionen Renten gezahlt. Darunter 20,2 Millionen versicherten Renten und 5,4 Millionen hinterbliebenen Renten. Und bei den versicherten Renten unterscheiden wir hier nochmal Renten wegen verminderterer Erwerbsfähigkeit 1,7 Millionen Renten und Renten wegen Alters 18,5 Millionen Renten. Das heißt also, bei der Hauptmasse aller Rentenleistungen in Deutschland handelt es sich um Altersrenten. Das sind 79 Prozent der Renten, die in Deutschland geleistet werden. Also von 25,6 Millionen Renten sind 79 Prozent davon die Altersrenten, wenn ich das richtig so sehe. Ansonsten ist es vielleicht auch nicht ganz so schlimm. So und für das Jahr 20 und 22 haben wir mal hier eine Übersicht für den durchschnittlichen Zahlbetrag. Und da haben wir insgesamt bei 18,514 Millionen Altersrenten einen durchschnittlichen monatlichen Zahlbetrag von 1.048 Euro. Das unterscheidet dann nochmal zwischen Männlein und Weiblein. Die Männer bekommen 1.292 Euro ausgezahlt und die Frauen im Schnitt 855 Euro. Also ich finde 855 Euro für Frauen ist schon erschreckend niedrig, aber gleichsam auch die Durchschnittsrente von 1.048 Euro, die ja alle Renten, alle Altersrentenarten erfasst, auch erschreckend niedrig als Zahlbetrag. Ja, hingegen wir zum Beispiel in Österreich ganz klar in durchschnittlich viel, viel höhere Renten haben und zwar liegt in Österreich im Jahr 2022 die durchschnittliche Alterspension bei 1.480 Euro und hier in dem Beitrag war es dann auch noch die durchschnittliche Altersrente in Deutschland bei 1.054 Euro. Laut der Statistik des Rentenversicherungsberichts sind es 1.048 Euro. Die Differenz ist verschwindend gering. Deswegen müssen wir uns jetzt hier nicht rumstreiten. Aber Fakt ist auf jeden Fall eins, in Österreich haben wir natürlich auch verschiedene Alterspensionen. Wenn man alle Alterspensionen sich anschaut, dann sind die im Durchschnitt deutlich höher als die deutschen Renten. Meine Damen und Herren, nur mal, dass Sie den Blick sehen auf diese Zahlen. Es ist schon tatsächlich erschreckend, dass 18,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner im Schnitt nur 1.048 Euro Altersrente bekommen. Wenn wir uns das Medianeinkommen in Deutschland mal anschauen, dann sind wir im Schnitt, dann sind quasi 18,5 Millionen Altersrentnerinnen und Altersrentner, wenn man das mal sich auf der Zunge zergehen lässt, eigentlich von Altersarmut betroffen. Was natürlich, sagen wir mal, individuell nicht ganz so richtig ist. Aber wenn man diese Zahlen betrachtet, dann ist es ja tatsächlich so. Wenn wir uns dann auch noch die Zahlen für die verminderte Erwerbsfähigkeit angucken, also für Renten wegen verminderte Erwerbsfähigkeit angucken im Jahr 2022. 1,7 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben im Schnitt monatlich 925 Euro bekommen. Auch das ist erschreckend niedrig. Ich kenne jetzt die Vergleichszahlen aus Österreich bei den Invalidenrenten dort nicht. Aber ich gehe davon aus, dass die Invalidenrenten in Österreich deutlich höher sind. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Mal wieder interessante Zahlen aus dem Rentenversicherungsbericht 2023 der Bundesregierung, der einmal im Jahr fällig wird. Die Bundesregierung war jetzt sehr, sehr überpünktlich mit dem Bericht. Im Normalfall habe ich damit erst Anfang Dezember gerechnet mit der Veröffentlichung. Aber schön, dass er da ist und Sie können gerne aus diesem Bericht dann auch mal lesen. Ich werde einen Link vom Bericht, den Sie sich mal dann angucken können, in das Video mit reinsetzen. Und dann können Sie einfach mal selber durchschmökern, was da so Interessantes an Informationen für Sie auslesbar ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.